Der S. Fischer Verlag wurde 1886 von Samuel Fischer in Berlin gegründet und stieg bald zum führenden Verlag des Naturalismus und der klassischen Moderne auf. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist eines der bedeutendsten deutschen Häuser für Bähletristik. Seit 1962 gehört S. Fischer zur Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Heute unterstehen ihm die Verlage Fischer Taschenbuch Krüger Verlag Scherz Verlag, Fischer FJB und Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag. Letzterer bündelt seit 2013 die Kinderbuchprogramme Fischer KJB Sauerländer, Meiers Kinderbuch und Kinderbuchgeschichte. Die Gründung Am 1. September 1886 gründete Samuel Fischer seinen gleichnamigen Verlag in der Stierglitzer Straße 49 in Berlin. Drei Jahre später zog das Unternehmen in die Bülow-Straße 90 um. In den ersten Jahren konnte der Verleger sofort erfolgreiche deutsche und europäische Autoren wie Emile Sola, Fjodor Dostoyevsky, Tolstoi, Karl Bleibtreu und Max Kretzer für sein Programmgewinn. Zu den wichtigsten Schriftstellern der Grün der Zeit gehörten jedoch Gerhard Hauptmann und Henrik Ibsen. Bald machte sich S. Fischer einen Namen als führendes Verlagshaus des Naturalismus und neben Ibsens Frau vom Meer erschien ein 1889-Dekasekunden-Stück vor Sonnenaufgang von Gerhard Hauptmann. Zusammen mit dem zeitgleich veröffentlichten Werkgespenster von Ibsen hatte das Drama auf der Freien Bühne. Premiere Der Theaterverein Freie Bühne wurde 1889 unter anderem von Otto Brahm und Maximilian Harden gegründet, dessen Bestreben es war, das konventionelle bürgerliche Theater zu revolutionieren. Mit den Drammen von Ibsen und Hauptmann gelangen dem Verein zwei auf Sehen erregende Uraufführungen, die den Weg für die zukünftige Arbeit ebneten. Neben Ibsen zählte der Verlag die Skandinavier Jacobsen, Brandes und Kiel land zu seinen Autoren und die Buchreihe Nordische Bibliothek, Sammlung moderner Erzählungen und Schauspiele aus dem dänischen, norwegischen und schwedischen übersetzt sollte das Publikum der skandinavische Literatur näher bringen. Die neue Rundschau vier Jahre nach Verlagsbeginn gründete Fischer die Wochenschrift Freie Bühne für modernes Leben, die bereits in den ersten Jahrgängen Texte von Hermann Bahr, Thomas Mann, Julius Mayer-Gräfe und Arthur Schnitzler enthielt. Einer der wichtigsten Beiträger wurde Hugo von Hofmannsthal, der 1899 mit seiner dramatischen Studie gestern zum ersten Mal bei S. Fischer publiziert wurde, obwohl die Zeitschrift zunächst als Forum für die neue Strömung des Naturalismus konzipiert war, hielt sie sich nach allen Seiten offen und nahm auch bald andere Literaturrichtungen in das Programm mit auf. 1894 wurde das Blatt in Neue Deutsche Rundschau umbenannt. Ab 1904 hieß es die Neue Rundschau und erschien nun monatlich bis September 1944. Danach nur noch vierteljährlich. Nachdem Oscar B.I.E. die Zeitschrift bis 1920 geleitet hatte, übernahm erst Rudolf Kaiser und ab 1932 Peter Surkamp den Vorsitz. Verlagsprogramm Von Anfang an veröffentlichte der Verleger zeitgenössische Autoren sowie Werke der Weltliteratur. 1898 erschien Thomas Manns Erstlingswerk »Der kleine Herr Friedemann« in der Collection Fischer, 1901 folgte sein erster Roman Bodenbrooks. Aufgrund des Umfangs des Werkes hatte Fischer zunächst Bedenken, es zu veröffentlichen. Jedoch wurde es wieder seine Erwartung ein großer Erfolg auf dem Markt. Weitere Autoren jener Jahre waren Otto Erich Hartleben, Felix Holländer und Gabriele Danunzio. Kurz vor der Jahrhundertwende publizierte das Haus Ellen Keys' Werk »Das Jahrhundert des Kindes«. Ein Anliegen des Verlegers war es, preisgünstige Ausgaben seiner Bücher einer breiten Leserschaft anzubieten und das Volk somit anspruchsvollen Schriften vertraut zu machen. 1901 rief er die Taschenbuchreihe »Pantheon«, eine Sammlung klassischer Werke, »Ins Leben«, die zwischen 1960 und 1964 als Exemplarklassiker fortgeführt wurde und Ausgaben von Brentano bis Shakespeare enthielt. Im Oktober 1908 begann der Verlag die Sammlung Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane, deren Titel in einer Startauflage von 15.000 Exemplaren herausgegeben wurden. Monatlich erschien ein Band der anspruchsvollen Romane, wobei zwölf Titel eine Reihe ergaben. Die Jahresfolgen waren so zusammengestellt, dass immer einige erfolgversprechende Titel das wirtschaftliche Risiko der übrigen Bände ausgleichen. 1929 wurde das letzte Buch der Bibliothek herausgegeben, die beim Publikum große Beliebtheit erlangte. Neben belletristischen Sammlungen erschienen auch wissenschaftliche Reihen wie Fischers technologische Bibliothek. Eine wichtige Rolle für den Erfolg des Hauses spielte der Lektor Moritz Heimann. Der Fischer über drei Jahrzehnte begleitete und neue Talente wie Thomas Mann, Reinhard Johannes Sorge, Wilhelm Lehmann und Oskar Löcke aufspürte. Zu Beginn des Jahrhunderts widmete sich Fischer mehr und mehr der englischen Literatur und veröffentlichte Werke von Oskar Wilde, George Meredith und George Bernard Shaw. Themen jener Zeit waren Technisierung, Industrialisierung und Amerika. Die skandinavischen Autoren erhielten weiterhin durch Gustav F. Geierstamm und Björns Dian Björnsen Einzug in das Programm. Und zu seinem 25-jährigen Jubiläum konnte der Verlag bereits 150 Autoren mit insgesamt über 1000 Titeln verzeichnen. Gesamtausgaben erschienen unter anderem von Hauptmann, Hofmannsthal, Demel und Ibsen. Hermann Hesse war von 1904 bis 1950 Hausautor bei S. Fischer. Neben der Strömung des Naturalismus förderte Fischer seit den 1910er Jahren besonders expressionistische Literatur. 1912 verlegte er mit der Bettler von Reinhard Johannes Sorge das erste Drama dieser Art in Deutschland. Dem Werke von Reinhard Göring und Hermann von Börtich erfolgten. Während seiner gesamten verlegerischen Tätigkeit stand Samuel Fischer neun Richtungen offen gegenüber und konnte sich so trotz schnelllebiger Avantgarde als feste Größe auf dem Literaturmarkt behaupten. Der Verlag im Dritten Reich. Für die Nationalsozialisten waren der jüdische Verleger Fischer ebenso wie viele seiner Verlagspublikationen unerwünscht. Allein 15 der 135 Titel der schwarzen Liste zur Indizierung der Belletristik gehörten zu Fischer. Und während des Dritten Reiches wurden insgesamt 123 Titel aus dem Programm gestrichen. Nach Samuel Fischers Tod im Jahr 1934 übernahm sein Schwiegersohn und langjähriger Mitarbeiter Gottfried Bermann Fischer die Verlagsleitung. Als die Eigentümerfamilie 1936 aus Deutschland herausgedrängt wurde, übernahm Peter Surkamp die Geschäftsführung. Surkamp verhandelte als bevollmächtigtes Vorstandsmitglied mit dem Geschäftsführer der Reichsschrifttumskammer Karl Heine über die Modalitäten der Arisierung des Verlages, wobei eine Reihe von Verlagsrechten und Lagerbeständen an Gottfried Bermann Fischer überreignet wurde, um ihm die Möglichkeit zu geben, im Ausland einen neuen Verlag zu gründen. Aus der AG wurde 1942 eine KG unter Umbenennung des Unternehmens in Surkamp Verlag KG. Bermann Fischer gründete in der Folge der Auswanderung mehrere Exilverlage, zunächst in Wien, 1938 in Stockholm und 1940 in New York. 1948 vereinigte er sich mit dem Querido Verlag in Amsterdam, der jedoch kurz nach Erwerb des Verlegers 1952 stillgelegt wurde. Durch die Verlage hatten vor allem jüdische und emigrierte deutsche Schriftsteller die Möglichkeit, ihre Bücher weiterhin zu veröffentlichen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es zwischen Surkamp und Fischer zu Streitigkeiten über den künftigen Weg des Unternehmens. Dies führte nach einer außergerichtlichen Einigung zu einer Quasi-Aufteilung des S. Fischer Verlags. Bermann Fischer erhielt den Verlag zurück, Peter Surkamp schied aus dem Fischer Verlag aus und gründete den Surkamp Verlag. Den Autoren des während des Nationalsozialismus in Deutschland verbliebenen und von Surkamp geleiteten Teils des Fischer Verlages war freigestellt worden, in welchem Verlag sie zukünftig verlegt werden wollen. Schließlich entschieden sich 33 der 48 Autoren, unter ihnen Bertolt Brecht und Hermann Hesse, für einen Verlagswechsel zu Surkamp. Der Verlag nach dem Krieg als erstes Werk nach dem Krieg erschien der Präses von Franz Kafka. Seit 1952 wurde das Verlagsprofil immer mehr von der Fischer Bücherei geprägt, die das Fischer-Lexikon, Fischer-Weltgeschichte und das Nachschlagewerk der Fischer-Weltalmer nach beinhaltete. In den 50er Jahren begann das Haus die Werke von Sigmund Freud einem breiten Publikum anzubieten. Die angelsächsischen Autoren erhielten mehr und mehr Bedeutung für den Verlag. Und Stücke von Tennessee Williams und Arthur Miller sowie die Einzelausgaben der Werke Virginia Woolfes wurden publiziert. Mit der deutschsprachigen Ausgabe von Dr. Schivago gelang es Fischer 1958 der größte Bucherfolg überhaupt. Der Autor Boris Pasternak erhielt noch im selben Jahr den Literaturnobelpreis, den er jedoch auf Befehl der sowjetischen Regierung ablehnen musste. 1963 traten Gottfried Beermann Fischer und seine Frau Brigitte aus dem Verlag zurück. Und in der Folge ging das Geschäft allmählich an die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink über. In den nächsten Jahrzehnten konnte die Linie von Samuel Fischer und seinem Schwiegersohn beibehalten werden. Autoren der klassischen moderne und zeitgenössische Schriftsteller wurden herausgegeben. Drei Jahre nach dem Rücktritt Beermann Fischers kam es zur Gründung des hauseigenen Taschenbuchverlags. Dem das vorherige Taschenbuchprogramm einverleibt wurde übernahm Monika Schöller, Georg von Holzbrinks Tochter, die Verlagsleitung. Im Oktober 2002 zog sie sich aus der operativen Leitung zurück, blieb aber ohne Ressor Vorsitzende der Geschäftsleitung. Im selben Jahr übernahm der S. Fischer Verlag den Scherzverlag mit Sitz in Bern. 2010 wurde der O. W. Bad Verlag, der Teil des Scherzverlags war, von Drömerknauer übernommen. Heutige Situation Anfang 2013 kaufte es Fischer vom Verlag Bibliografisches Institut, dessen Kinder- und Jugendbuch sparte mit den Marken Sauerländer, Meiers Kinderbuch und den Kinderbuch. Der Fischer Verlag ist heute eine Unternehmensgruppe, unter deren Dach sich die Firmen Fischer Taschenbuch, Krüger Verlag, Scherzverlag, Theater und Medien sowie Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag versammeln. Letzterer bündelt seit 2013 die Kinderbuchprogramme Fischer KJB, Schatzinsel, Sauerländer, Meiers Kinderbuch und den Kinderbuch. Das heutige Programm knüpft an die Tradition des Hauses an und beinhaltet neben deutschsprachigen und internationalen Gegenwartsautoren einen Sachbuchbereich und eine Sparte für moderne Klassiker. Zu deutschsprachigen Gegenwartsautoren des Verlages gehören Julia Frank, Josef Haslinger, Judith Herrmann, Gregor Henz, Monika Maron, Clemens Mayer, Christoph Franz Mayer, Marlene Strejowicz, Roger Wilhelmsen und Florian Illys. Ebenso werden einige ins Deutsche übersetzte Werke des slowenischen Philosophen und Kulturkritikers Slavoj Zicek veröffentlicht.